Hallo, ich bin Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 4. März 2024 haben wir ja schon. Und der Baum ist ordentlich angesägt, ja, wir haben eine rote Tageskarte im Tagesschart bekommen. Und das Einzige, was hier eigentlich noch ein bisschen unstimmig ist, ist der Punkt, boah, getreten, das waren 10 Punkte zu früh. Man könnte jetzt im Allgemeinen beim Erreichen von Kursmarken sagen, naja, scheiß auf die 10 Punkte, ist ja knapp dran gewesen. Aber das hat ja einen Sinn und Zweck, dass wir gesagt haben, dass er bestimmt von dort oben dreht, weil das eben eine Regelmäßigkeit ist, dass er eben die K.O.s da immer wegholt, bevor er sich dann wieder deutlich eindreht. Deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass wir vielleicht am Montag da oben nochmal dran stoßen und es nochmal abstoßen. Aber man muss ganz klar sagen, im Tagesschart haben wir jetzt mit der roten Kerze an einem wichtigen Widerstand eine potenzielle Umkehrkerze. Und wenn es nach der Kerze geht, kann man eigentlich für die ganze Woche das so betrachten, dass man sagt, unter der Kerze orientiert man sich eher abwärts. Und das wäre jetzt unter 17.700. Ja, weil Baum ist jetzt hier, also wir sind eine ganze Weile gestiegen, haben einige Indikatoren deutlich in die Überhitzung auch schon reingebracht. Das heißt, wenn der Markt jetzt ein bisschen Luft holen will, darf er das natürlich auch tun. Es ist ja keine Einbahnstraße, bloß es ist keine Einbahnstraße. Und wenn er also unter der 700 wieder weiter nach unten wegklickert zum Montag, vielleicht auch nachdem er oben nochmal in die 830, 850 reingestochen hat und dann wieder nach unten umkippt, wie so ein Baum, der gerade gefeilt wird. Dann würde ich, also wenn er oben jetzt nochmal 830, 850 ansteigt, würde ich sagen, unter 750. Alles, was danach kommt, eher short betrachten. Wenn er direkt nach unten runterflätzt, dann würde ich sogar schon sagen, unter 700. Eher nach unten orientieren und zwar dann in die zwei Stationen runter, die wir, ich glaube im 2-Stunden-Chart hatten wir, in der letzten Analyse sogar schon Trigger gesetzt. Einmal in den Bereich 630, 600 runter, da könnt ihr noch reinsetzen, als erste Anlaufstelle. Und wenn er die dann nach unten auch nicht verteidigt und gehalten kriegt, sondern da sich auch drunter durchfühlt, wird er sich weiter ins Potenzial frei machen. Das sind die nächsten Stationen, die dann hier im Bereich um 460 bis 400 kommen. Ja, also 630 bis 600 ist so die erste Zielstation von oben, die immer noch anlaufen könnte. Tiefer wäre dann 460 bis 400, wenn er dann abknickt. Aber wie gesagt, rote Tagsatz im Tags-Chart würde ich jetzt nicht ganz ignorieren. Auch wenn es mir oben nicht ganz passt, aber vielleicht macht er das Montag noch rund, stößt rüber. Was würde ich, was würde da aber überhaupt nicht versprechen? Überhaupt nicht versprechen würde, wenn er am Montag da oben rein sticht und dann von oben beispielsweise einfach 750 macht und wieder hochdreht. Ja, also macht er oben rein in die 830, holt die K.O.s raus, fällt auf 750, dreht sich wieder hoch. Würde ich eher erwarten, dass er nochmal probiert, weitere Hochs drüber zu drücken und die anderen K.O.s im Bereich um 89, 800 dann rausholt. Äh, 18.000 rausholt. 17.000, 89, 18.000 hat die garantiert auch noch einiges, was abzuräumen oder was abzuräumen geht. Deswegen, so dass ich sagen würde, wenn er sich auftritt und auch so nach 10, nach 11 neue Tageshochs generiert, würde ich ihm eher nach oben nochmal Luft geben. Vielleicht sogar mehr, weil wir ja die rote Tagskerze haben, weil wir ja erste Verkäufer hier auch drin haben, die aktiv geworden sind. Sonst wäre die Tagskerze nicht rot geworden. Ja, die dann in dem Falle, wenn man sie ins Minus bringt, hier auch wieder druckigen Aussehenpositionen wieder raus müssen und man die damit noch ein bisschen schieben kann. Ja, und das wäre eigentlich in Kurzfassung das, was ich für den Montag erwarten würde. Ich würde erwarten, dass wir vielleicht oben die 830, 850 nochmal anstoßen. Können wir dann vorstellen, dass wir uns auf die 57 zurückziehen. Drehen wir dort hoch, rechnen wir damit, dass er dann wieder drüber geht, 850 Richtung 880, 980 läuft. Bricht er die 57 nach unten, sehe ich ihn weiter abwärts. Sollte er von Beginn an die K.O.s hier oben einfach in Ruhe lassen und weiter abkleckern, würde ich denken, dass wir trotzdem auch unterhalb von 700 dann im Bereich 630, 600 vordringen. Und dann wird mir sehr, sehr wichtig, wie er hier reagiert. Ja, schlägt er sich hier gut, kriegt er nochmal eine Chance aufzudrehen. Letzt aber auch 630, 600 fallen, geht es dann eine ganze Etage tiefer. So, und von daher bin ich im Grunde auch eigentlich schon durch und würde deswegen einfach die Analyse wieder zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Montag und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank.